So, das ist mein Buffet heute. Für meine Gäste ein bisschen leckerer Barleckereien. Mit Fisch, Kaviar, Lachs, Cerranoschinken, frische Tomaten, Melonen, Hähnchenschenkel. Wirklich alles. Gefällt es dir, David? Ja. Ja, du hast schon Hunger, ne? Ich filme es jetzt noch durch und dann kannst du anfangen. Ein paar schöne Leckereien. Und die leckeren Salate. Hier, mein Favoriten-Sack. Der ist super lecker, dieser Salat. Von jedem ein bisschen. Und der Matthias hat auch extra nochmal schöne Schmetterlinge gekauft. Bombastisch. Käse schließt den Magen nicht, David? Wie gefallen sie dir? Ja. So. Ich stelle die immer weiter rein, damit die nicht rausgelungen sind. Gestern Abend, nee, wo war man bei der Nenni Feind, hat sie gesagt, ein bisschen schwarze Marmelade, die nach Fisch schmeckt. Hat die Nenni Feind gestern am Fernsehen gesagt. Das ist das. Schwarze Marmelade, die nach Fisch schmeckt. Was ist das? Kaviar. Kaviar. Hier ein paar Leute sind schon da. Matthias schenkt den Gästen was ein. Hammelburger Bier, Sekt. Und hier ist der Rest. Bei die Uli aus Fulda, aus Hünfeld, aus Mackenzell, aus Mackenzell. Mit ihrem Schatz, unser Sebastian von Party 54. Sagen sie aber schönen Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Das Natalia aus Spanien. Und da sitzt die Chefin, die hat alles im Regier.